FANTOM EXPRESS AND RAILROAD REF Hört sich toll an Hallo Geist Ich bin irgendwo auf den Schienen Das ist, warum sind die da pink? Okay, 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 okay Ich darf nicht auf den Schienen drauf Das macht natürlich irgendwie auch Sinn, irgendwie wo Ähm, zu viele Augen Ähm, okay Das ist, ach du Scheiße Was? Du kannst das Ding auch noch nutzen Was? Hat, 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 hat Hat der jetzt gerade da auf der Bahn da rumgekloppt Und hat mich jetzt nach vorne gezogen, oder wie? Das fängt ja echt toll an hier gerade Auch wenn ich das nicht aktivieren, wenn ich da drauf schieße Nee, zum Glück nicht Ah, die Dinger kann ich kaputt machen, okay Warum sagt mir das denn keiner? Da macht das Ding alles doch schon wesentlich einfacher Aber auch nur so minimal, weil ich quasi meinen aufgeladenen Angriff habe Äh, ja, ach so Der Ziegel Okay, das ist Ähm Nicht gerade easy Ich sollte vielleicht meine Waffe wechseln Für diesen Boss Weil das macht nicht gerade sehr viel Sinn Mit einem aufgeladenen Angriff da rumzuballern Wenn ich dann nicht mal ansatzweise hier durch die dämlichen Eier Äh, Augen vorbeikomme Gut, andere Waffe ist drin Äh, LB, was war nochmal LB? Ich hoffe mal, ich habe die richtige Taste gedrückt Ja, habe ich Gut Ja, wesentlich besser, wenn ich die dämlichen Augen weg hier kriege Mann, ist das gut Nein, ich will nicht die Karre hier vorne haben Kannst du mal das Ding da runterwerfen? Dann halt nicht Naja, okay Warte, 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 wie bin ich da drinnen in dem Boss? Bist du mir kloppt? Ich will doch nicht in dem Boss drin sein Ich bin zwar hin und wieder lebensmüde, aber nicht so lebensmüde Gut, kann ich jetzt die Waffe wechseln? Ich brauche ja offensichtlich das da jetzt nicht mehr gerade Okay Hey Haben wir jetzt plötzlich Nightmare Before Christmas? Aber warum sehe ich plötzlich Skeleton Jack hier? Als Zugführer Super! Ich wollte den pinken Ziegel und nicht den Kinn vom Skelett Machen die diese blöden Kürbis das da eigentlich die ganze Zeit? Wir fliegen wahrscheinlich die ganze Zeit durch die Gegend Und hauen hier die blöden komischen Ziegel laufen Blöden Such hier drauf Und ich weiß nicht wieso, aber die Dinger sehen irgendwie so ein bisschen aus wie diese Wie heißen die diese Teile überhaupt nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr Ja toll, danke für die Hand Ich komme gerade nicht auf den Namen Oh verdammt Die sehen aus wie diese komischen kleinen Pastillen Dinger Ja toll Ich habe einen Arm im Gesicht Diese komischen Pastillen Dinger in diesen kleinen T-E-Z-T-T-Test Ich habe keine Ahnung wie diese Dinger sind Ich glaube ich blende das gerade ein Die sehen ungefähr so aus wie die Teile die da drin sind Ich sollte vielleicht weniger überlegen Wie diese komischen pinken Dinger da oben aussehen Und viel lieber darauf achten Dass ich hier irgendwie die ganzen Augen wegläge Beziehungsweise nicht von dem Typen deinem Zug kaputt geklopft werde Äh geht schon Nein, äh was Ich wollte nicht da sein Ich wollte hier sein Habe ich dich getroffen? Ich habe keine Ahnung Danke Danke Da wollte ich sowieso hin Äh oder auch nicht Ähm äh Okay Ich habe Ich habe Gut Nein, hier will ich nicht sein Gerade nur hinbekommen Kann ich überhaupt hier meinen Super anwenden? Vielleicht Warte mal Hier oben Oh, cool Ja, olle Knochen Guck, wie ich abgesägt Den haben wir mal eben zu T-Mail verarbeitet Hallo Ich habe keine Ahnung Was ihr darstellen sollt Aber ihr seht nicht gerade nett aus Ah, ja Super Homing Missile In Form von einem Geist Der pink geworden ist Okay Okay Ich habe nicht mal eine Ahnung Was ihr hier treffen sollt Achso, die Typen hier Jetzt Lass mich das Ding da treffen Danke Einer von den Typen ist auseinander geschmolzen Das ist schön Danke Danke, dass du das Ding aktiviert hast Da wollte ich sowieso hin Ach, verdammt, ich komme da gar nicht ran Ob das so schlau ist, hier drunter zu sein Ey, die Antwort finden wäre Okay, das war knapp Vielleicht Tachchen 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 Du prima Ballerina Äh, warum ist das denn da hinten Okay Äh, ich habe keine Ahnung Was ich hier treffen soll Du schmeißt irgendwelche komischen Böller da raus Ich komme da nicht mal ran Das ist geil Wie soll ich denn da rankommen, bitte? Außer vielleicht so Tachchen, ich sehe dein Herz Aber leider bin ich tot Und jetzt muss ich diesen ganzen Kram Nochmal von vorne machen Oh Gott, nö Ist ja schon ganz nett Wenn die dann so viele Phasen haben Aber wenn die dann so lange leben Äh, ja, ich weiß nicht Ist dann schon irgendwie so Ja, keine Ahnung Ich will was anderes Du gehst nach rechts, oder? Ja, danke Na, mach das mal Oh, über mir Da kriegst du die volle Milchpower Ah, ja Und ich kriege dein Kind ins Gesicht wieder einmal Das ist nett von dir Ciao Ah, ja, stimmt Jetzt kommen die komischen Typen hier Mit den ollen Geistern hier Das war jetzt nicht so wie geplant Äh, äh, super War der jetzt viel schneller als der andere? Ich hab Nicht darauf geachtet, ob der jetzt schneller war als der andere Jut, Kollege Eitoy ist weg vom Fenster Er schiebt mich mal wieder nach links Korrigiere Ich meinte eigentlich nach rechts Schön, dass die Kürbisse gerade auf meiner Seite sind irgendwie Weg damit Äh, wait a second Ja, das habe ich mir gerade gedacht Wie komme ich denn jetzt da hin? Ohne dass ich Schaden kriege Antwort gar nicht Oh, das ist so lange jetzt dauert Wer kommt als erstes dran? Oh ja, du, klar Kotzt nicht woanders aus Nein, ich hab Äh, se Hey Ähm, ja Das war sehr fair von dir Was ist das, wenn ich jetzt einen von den beiden mit dem Super auseinandernehme? Erreiche ich die überhaupt? Okay, dann treffe ich da volle Bulle Das ist schön Und da kommt schon wieder ein Geist Ciao Super, den hätte ich nicht erwischen können Aber auch nur, weil ich so doof war und nicht richtig gesprungen bin Oh, einer ist schon weg Das ist schön Meins Ich sollte nicht in die Mitte, ich deb Ja, toll Ich bringe mein Auge eben auf den Schienen Das ist geil Auf den Schienen herumspielen ist immer toll Weil dann ist man meistens auch immer ziemlich tot Ähm, ne Wie soll ich den denn jetzt erwischen? Oh, das ist ja gemacht Ähm, ja, danke Da wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt hin Aber okay Gut, weg vom Fenster Oh, noch mal ein bisschen Aufladung gekriegt Das ist schön Und wie erwische ich den Typen jetzt Ohne, dass ich gleich in der nächsten Sekunde tot bin Wahrscheinlich gar nicht So, da hast du wieder deinen Nasenring rausgeschossen Ja, toll Dass du auch noch Flammen durch die Gegend schießen tust Ich muss das allen Ernstes mehrfach machen Oh, nö Was? Nase? Ach, irgendeinen Nasenring No Ist nicht dein Ernst Eintreffer hätte ich nur noch gebraucht Das ist ne nervfähige Geisterbahn Jawohl Ich bin immer noch hier Warum ist das toll? Äh, sehr toll Hi, warum bist du wieder in der Mitte? Ich hab keine Ahnung Aber ich bin's nicht Kannst du mal endlich verrecken, Kollege Bevor der Dach links geht Dann halt nicht Okay, da ist deine Hand Wie kannst du eigentlich so flexibel sein Dass zwei Arme mal eben nicht da sind, wo dein Kopf ist? Ah Verstehe ich nicht Aber ich bin auch kein Typ, der irgendwie die Anatomie in diesem Spiel infrage stellen sollte Nein, 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 nein Ich kenne den Text nicht Das ist super Ich bin toll Äh, ich bin gleich tot wieder Äh, es ist nicht gerade toll Der Pilzspender Jetzt weiß ich den verdammten Namen Schmeißt mal wieder seinen komischen pinken Ziegel auf mich, oder? Geil Jetzt weiß ich endlich diesen verdammten Namen Pilzspender Doch, ich bin ein Geist, ich weiß den Namen Wusstest du das auch schon? Bäh Ob das jetzt gut ist, ich bin mir nicht sicher Interessanterweise sind die jetzt plötzlich nicht mehr Synchron Ich hab keine Ahnung Einer ist tot Geil Toll, nicht getroffen Super Oh, nice Getroffen Cool Und wieder einmal nur ein Gesundheitspunkt beim letzten Boss Beziehungsweise bei der letzten Phase Grinst nicht so Merkwürdig aussehender Joker Ja, ja Toll Ich bin gestorben, weil ich mal eben auf den Schienen spielen wollte Und da haben wir wieder die letzte Phase Wieder einmal nur mit einem Gesundheitspunkt Und was ist das denn mit mir, ey? Hier ist mal nur ein Gesundheitspunkt hier Oh, diesmal erwischt, ohne dass ich Die blöde Karre wegbewegen musste Ja, da hatte ich ja sehr viel von dieser Phase gerade wieder gesehen Na geht doch Hey, ich bin in die nächste Phase reingekommen Beziehungsweise die letzte Mit zwei Gesundheitspunkten Holy shit Geil Tut euch das irgendwo in Steinmeißel Ich hab zwei Gesundheitspunkte plötzlich Korrigiere Ich hab wieder nur einen Ja, toll Mach das Ding wieder zu Kurz bevor ich draufschieße, oder was? Ich will Nasenring Frisst das? Hoffentlich bin ich jetzt nicht tot Bitte, bitte, bitte Das ist doch nicht dein Herz Yay Wieder zwei Gesundheitspunkte Na, kriege ich den ersten Gesundheitspunkt Innerhalb der nächsten zehn Sekunden wieder abgezogen Die Antwort ist wahrscheinlich Da, frisst die Milch Bitte lass mich endlich hier raus Aus diesem verdammten Hirnhaus Ja, mach die Klappe wieder zu Ist klar Ja, geht doch Meine Güte Es ist doch nicht dein Ernst Was ein bescheuerter Boss Dabei war man ein interessanter Boss Mehrere Phasen Und dann quasi nicht Irgendwie eigentlich derselbe Boss Sondern quasi in gewisser Maßen Mehr hinein Aber Mann, war der nervig Und wo komme ich jetzt da oben hin Was ist das? Was ist ein komischer Weg? Haben wir irgendwo irgendeine Art von Münze noch irgendwo herumliegen? Oder so? Nein, offenbar nicht Gut, dann Ciao Willkommen, Casino Entrance In a map Inkwell Hell Hört sich interessant an Ähm Wait a second Ist das Ist das nicht schon die vierte Welt? Ich glaube, ich habe gerade die vierte Welt gefunden Ähm, ich glaube, ich gehe mal wieder zurück Weil die will ich noch nicht abschließen Bis zum nächsten Mal chemisch Wir sehen uns zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal